Eine fantastische und mysteriöse Reise eines göttlichen Wesens ins Ungewisse. Dieser unglaublich facettenreiche Anime, der mit jeder Folge eine emotionale Achterbahnfahrt liefert, kann sich getrost in die Riege der modernen Meisterwerke einreihen. To your eternity! Eine göttliche Gestalt lässt eine weiße Kugel auf die Oberfläche eines erdähnlichen Planeten fallen. Diese Kugel ist ein unsterbliches Wesen, das kein Wissen, kein Bewusstsein und keine Fähigkeiten besitzt, bis auf die Macht, sich in alles zu verwandeln, was es berührt. So landet die Kugel in einer Eiswüste und verwandelt sich in einen Stein, bis ein Wolf in seiner Nähe stirbt und es selbst zum Wolf wird. Doch das Wissen kann das Wesen nicht replizieren, weshalb es selbst simple Tätigkeiten wie Essen erst mühsam lernen muss. Als Tier trifft es auf einen menschlichen Jungen, der als letzter seines Volkes in einer Hütte mit dem Wolf auf die Rückkehr der anderen Menschen wartet. Zusammen verbringen die zwei ihre Tage und das Wesen lernt als Wolf, was es bedeutet, am Leben zu sein. Schließlich beschließt der Mensch auf eigene Faust nach den anderen zu suchen und zusammen begeben sie sich auf eine Expedition durch die Eiswüste. Jedoch verletzt sich der Junge und stirbt bald an einer Infektion. Das Wesen verwandelt sich daraufhin in den Jungen und begibt sich weiter auf die Reise, um den Wunsch des Menschen in Erfüllung gehen zu lassen. Schließlich schafft es das Wesen in wärmere Gefilde und trifft auf viele weitere Menschen, Tiere und andere Figuren. Diese erleben mit ihm Abenteuer, erteilen ihm Lektionen und setzen ihn neuen Einflüssen aus. Sobald eine Person, die ihm nahe steht, stirbt, übernimmt er den Körper und nimmt ihre Lebenswünsche mit auf die Odyssee ins Unbekannte. Stück für Stück erkundet das Wesen die mysteriöse Welt und entdeckt fantastische Orte, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Stets ist das Wesen auf der Suche nach dem Sinn und Zweck, wieso es auf diesen Planeten geworfen wurde. Doch schon bald tauchen andere mächtige mystische Wesen auf, die es vermögen, dem Protagonisten seine Körper und sein Wissen zu stehlen. Er muss stärker werden, um die Gefahr, die von diesen Kreaturen ausgeht, zu bannen. Eine unglaubliche Reise, in der ein Abenteuer ins nächste fließt. Das Eternity im Titel ist hier auch Programm, da sich die Storyline über mehrere Jahrhunderte erstreckt und man die Entwicklung der Welt über unvorstellbare Zeitperioden miterlebt. Auf glückliche Jahre folgen Tragödien, dann wieder lustige Eskapaden und bald darauf brachiale Action. Hier wirst du immer aufs Neue mit unerwarteten Wendungen überrascht.